Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, RohstoffTV für Sie wieder mit einem Mining News Flash und es geht Schlag auf Schlag weiter bei Gold Mining. Gold Mining erwirbt das Goldprojekt Almaden in Idaho gegen Aktien und Bargeld von der Sailfish Royalty Corporation. Der Preis liegt bei 1,15 Millionen Dollar, der zur Hälfte in Aktien von Gold Mining und zur Hälfte in Bar bezahlt wird. Almaden ist ein historisches Goldprojekt im Zentrum von Idaho im Westen des Landes und es wird das Portfolio von Gold Mining mit Goldprojekten in bergbohrfreundlichen Gebieten in Amerika, sprich auf dem amerikanischen Kontinent, weiter ausbauen. Auf dem Projekt wurden über 70.000 Meter historische Bohrungen in 934 Bohrischern abgeschlossen, die zutage tretende sulfidarme epithermale Goldmineralisierung beherbergen. Das Projekt ähnelt von der Art her der Mineralisierung in den Hollister und Minasminen von Heckler Mining im Norden Nevadas sowie den Delamar und Florida Canyon Projekten von Integra Ressourcen im Südwesten von Idaho. Gold Mining beabsichtigt, eine unabhängig qualifizierte Person zu beauftragen, einen technischen Bericht einschließlich einer aktuellen Ressourcenschätzung zu erstellen. Garnett Dawson, CEO von Gold Mining, sagte, Diese Übernahme setzt unsere Strategie der Konsolidierung von Qualitätsprojekten in der Ressourcenphase in Amerika fort. Die Transaktion ist ein Gewinn für beide Unternehmen, dass sie Gold Mining zugutekommt, während Sailfish sich auf sein Lizenzgebührengeschäft konzentrieren kann. Wir denken, dass dies eine gute Ergänzung zu einem vernünschlichen Preis für das Portfolio von Gold Mining ist. Soweit Garnett Dawson. Nun ist es natürlich auch wenig verwunderlich, dass die Analysten von HC Wainwright ein neues Preisziel von sage und schreibe 6 Dollar für Gold Mining vergeben. Maple Gold Mines mobilisierte ein Bohrgerät in die NW-Zone. Die Bohrungen starten mit einem einzelnen Bohrloch, um die sämtliche Kontinuität der oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung zu erproben. Nach dem Abschluss des Bohrlochs in der NW-Zone plant das Unternehmen mit den Bohrungen vorrangiger Ziel innerhalb der Nikka-Zone zu beginnen, wobei 4 bis 5 Bohrungen geplant sind, sowie im westlichen Teil der Parfyrzone 8 bis 9 Bohrungen. Der Vice President Exploration von Maple Gold, Fred Speidel, sagte dazu, wir sind fasziniert vom Potenzial der NW-Zone, insbesondere in Analogie zu unserem Erfolg von 2019 in der Zone 531. Die NW-Zone hat den Vorteil einer oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung, die wir zu erweitern versuchen werden. Unsere Ziele mit unseren Bohrungen in den Ressourcengebieten konzentrieren sich weiterhin auf Gebiete, die unserer Meinung nach das größte Potenzial für die Hinzufügung von höherwertigen Unzen und die Beeinflussung künftiger Wirtschaftsstudien bieten. Wir freuen uns auch auf neue IP-Ergebnisse, die neue Entdeckungsbohrungen jenseits des Ressourcengebiets im Laufe dieses Winters unterstützen könnten, sagte Fred Speidel. Werfen wir einen Blick auf die Nika-Zone, die zusammen mit dem Entdeckungsbohrloch 2018 des Unternehmens entdeckt wurde und 51 Meter mit 1,77 Gramm Gold pro Tonne durchschnitten hatte. Im Jahr 2019 schloss man zwei aggressive 200 Meter lange Step-Out-Löcher ab, die beide eine breite, niedriggradigere Halo-Mineralisierung durchschnitten. Die bisherigen Bohrungen in der Zone Nika unterstützten in der jüngsten Ressourcenschätzung einen neuen konzeptionellen Tagebau der über 100.000 Abgeleidete und mit durchschnittlichen Lagerstättengehalten beitrug. Im Jahr 2020 werden die Bohrungen zusätzliche Infilöcher umfassen, die darauf abzählen, die neigungsaufwärts gerichtete oder oberflächennahe Ausprägung der zuvor entdeckten hochgradigen Mineralisierung besser zu definieren und einige der Bohrlöcher auf der Ostseite von Nika weiter aufzufüllen, um die Ressourcen in diese Richtung zu erweitern. Die signifikante Mineralisierung setzt sich über 300 Meter jenseits der aktuellen Nika-Grubengrenzen fort, sodass erfolgreiche Bohrungen innerhalb der aktuellen Lückenbereiche das Potenzial haben, deutlich mehr Mineralisierung in die Grube zu bringen und oder die Dimension der aktuellen Grube zu erweitern. Die Parfyrzone stellt eine der neueren Entdeckungen aus dem Jahr 2004 dar und obwohl bedeutende Bohrungen durchgeführt wurden, wobei mehrere Gebiete eine ausreichende Bohrdichte aufweisen, um zur angezeigten Ressourcenkategorie zu gehören, gibt es mehrere Gebiete mit großen Bohrabständen, insbesondere im nordwestlichen Teil der Zone, wo auch überdurchschnittlich hohe Gehalte nahe der Oberfläche vorhanden sind. Da sind in diesem Gebiet insgesamt acht bis neun Bohrungen geplant, wie schon gesagt. Zusätzlich zu den geplanten Step-Out- und Gap-Area-Bohrungen mit dem aktuellen Bohrgerät plant das Unternehmen in den kommenden Wochen ein zusätzliches Gerät zu mobilisieren, um das Programm in der zweiten Hälfte der Wintersaison zu beschleunigen. Weitere fünf Bohrungen sind im südöstlichen Teil der Parfyrzone geplant. Meine Damen und Herren, gute Nachrichten von der M&A-Front und von der Explorationsfront. Und wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederschauen aus der Schweiz.